Maseria Traione Maseria Traione, eins unserer italienischen Weinhäuser, bildet heute den dritten Wein des Monats. Und zwar haben wir den Fürsten Siziliens, wie auch oft genannt wird, den Nero Davola. Eine Rebsorte, die schon tief dunkelrot ins Glas kommt. Und wir haben dabei ein ganz tolles Aromenspektrum. Auf der einen Seite fruchtige Noten, auf der anderen Seite aber auch würzige Töne. Und das macht ihn für mich zu einem absoluten Rotwein Allrounder. Das beste daran ist, ihr könnt ihn auch wieder bei uns probieren. Also kommt gerne vorbei oder bestellt ihn online. Cheers!